Die Schulpsychologin, die manche auch schon kennen, die werden wir auch nicht mehr lange haben, die ist schwanger. Schauen wir, ob es da Ersatz gibt. Jetzt zur doppelte Arbeit, ja? Hast du dich danach entschuldigt? Ich habe vergessen. Aber wichtig ist, dass sie ihre Motivation gibt. Alle, das ist eine Gemeinschaft. Man kann nicht da die ganze Zeit jemanden ausschließen. Man kennt diese Seiten gar nicht von euch. Frieden ist am wichtigsten auf der Welt, ja? Das ist die ukrainische Flagge. Es geht nur um Ukraine und Russland. Was ist mit Syrien los? Und ich bin mir sicher, ihr werdet alle was supertolles werden, auch in Zukunft und viel schaffen. Eine gute Lehrerin ist schwer zu finden, hart zu verlassen und unmöglich zu vergessen. Dankeschön! Danke! Danke!